Es gibt viele Möglichkeiten, die Qualität der Beziehung zu erhöhen. Und manche davon sind so einfach, dass wir uns kaum vorstellen können, dass das eine Wirkung haben kann. Und das, was ich dir heute vorstelle, fällt eindeutig unter diese Kategorie. Es ist eine mega einfache Formel, die es aber wirklich in sich hat. Und sie heißt 3x4. Und geht so. Umarmt euch 3x am Tag bewusst und küsst euch 4x am Tag bewusst für mindestens 6 Sekunden. Und deine oder eure Beziehung wird sich komplett verändern. Und der Grund dafür ist einfach. Wenn ihr euch für 6 Sekunden küsst oder umarmt, entsteht eine ganz andere, intensivere Verbindung. Und unser Gehirn schüttet dann einen ganzen Cocktail an Hormonen aus, die die Bindung verstärken. Und genau das gibt das gute Gefühl, das du in deiner Beziehung haben möchtest. Und ich möchte dich um eins bitten. Glaube mir bitte kein Wort von dem, was ich da gerade erzählt habe. Probier es einfach mal aus. Heute geht es einfach mal aus. Du hast nichts Angst. für alles. Musik Vielen Dank.